Willkommen im Neupunkt-Zentrum, wo moderne Technologie auf die Vergangenheit trifft. Begleiten Sie uns auf alle Orte, in der reise der Welt. Der Trizell-Rautops kann sich gegen die größte Jäger behaupten. Wird sich übersetzt als Fremd. Der Trizell-Rautops ist halb unter Erde, eine Stunde saß, eine Sprengkraft von 100 Jahren. Der Trizell-Rautops ist halb unter Erde, eine Stunde saß, eine Stunde saß. Der Trizell-Rautops ist halb unter Erde, eine Stunde saß. Zytosin, Guanin, Adenin und Thymin, das steckt in allem, was sie gelebt hat. Hey, nicht einfach abhauen, ja? Ich bin nicht dein Babysitter, kapiert? Die Bühnen und Bausteine des Lebens. Halt! Halt! Hey! Okay. Seht mich an. Blue. Blue. Aufpassen. Charlie. Hey! Hör auf mit dem Scheiß. Delta. Lass das sein. Gut. Und? Bewegung. Halt! Hey, sehr gut. Das ist verdammt gut. Sehr gut. Siehst du, Charlie? Dann kriegst du auch was. Echo, hier für dich. Delta. Delta. Blue. Die hier ist für dich. Halt! Seht mich an. Los! Los! Hebt mich hoch, ich kann nichts sehen. Ich bin nicht dead. Und du bist nicht mehr fin. Ich darf noch auf den Triceratops reiten. Ich bin 1,20 Meter groß. Der Bereich ist nur für Kleinkinder. Ja, ich weiß. Fahren wir mit den Saurier-Ei-Carousel? Nein, Mann. Achte auf deine blöde Gürteltasche. Kennen Sie, es ist Zeit. Nein, Alec feiert keinen Junggesellenabschied. Seine Freunde fühlen sich mit sich wieder auf. Los, abhauen. Was? Los, lauf. Los, 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 los. 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 Vom Mosasaurus wird angenommen, dass er dicht unter der Wasseroberfläche gejagt hat und alles gefressen hat, was ihm zwischen die Zähne gekommen ist. Dazu gehörten Schildkröten, große Fische und sogar kleinere Mosasaurier. Okay, Freunde, sehen wir mal, ob sie noch Hunger hat, obwohl sie heute schon gefüttert wurde. Sie ist ein bisschen schüchtern, also seid nett und schenkt ihr einen kleinen Applaus, wenn sie hochkommt. Zack, zack, zack. Der Mosasaurus. Los. Los. Oh mein Gott. Echt abgefahren. Okay, einen Moment mehr. Wir können gleich einen genaueren Blick auf unsere Mosasaurus werfen. Das war schon richtig cool, oder nicht? Ja! 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 Oh mein Gott. Bitte verlassen Sie alle Fahrgeschäfte und finden Sie sich im Resort ein. Na komm, ein paar Minuten bleiben wir noch hier. Aber die haben gesagt, sie schließen alles. Tante Claire hat uns auch noch diese Armbänder gegeben, oder? Wir sind VIPs, Mann. Komm schon. Das wird lustig. Nein, 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 nein. Sieht so aus, als wäre der Fuchs im Hühnerstall. Sieht so aus. 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 Es framework productivist. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Dein Freund ist echt der Oberhammer Die Schätzchen wären toll gewesen für Tora Bora Zeichnen sie auch alles auf? Sie verlangsamen ihr Tempo Sie wittern etwas Sie verlangsamen ihr Tempo